Ja, das Thema Gebäudesanierung ist vermutlich eines der ganz großen Bausteine für das, was uns jetzt bevorsteht, wenn wir den Weg hin zu regenerativen Energien und zu einer fossilfreien Energieversorgung in Deutschland hinbekommen wollen. Gerade der Gebäudebereich stellt eben eine der ganz großen Herausforderungen dar. Ja, und neben der Umstellung auf regenerative Energieträger geht es dort ja insbesondere um die Möglichkeit, den Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Für uns als Kommunen wie in der Stadt Wuppertal heißt das natürlich einmal, auf den kommunalen Gebäudebestand zu schauen und zu sehen, wie man das in den jetzt anstehenden Investitionsprogrammen berücksichtigt. Wir sind selber derzeit dabei, hier das gesamte Gebäude- und Investitionsprogramm nochmals neu auch unter genau dieser Perspektive zu bedenken. Und das passiert nicht nur in Wuppertal, sondern auch in allen anderen Städten. Aber mit Blick auf die Gesamtstadt kommt natürlich den Gebäuden in privater Eigentümerschaft eine zentrale Rolle dazu. Und diese DBU-Initiative Zukunft zu Hause ist darum von ganz zentraler Bedeutung. Denn wir wissen, dass in der Phase, wo jetzt sehr viele Eigentümer dafür sensibilisiert sind, dass Sanierungsanstrengungen, die man vielleicht immer schon auf dem Plan hatte und aufgeschoben hat, jetzt wirklich anstehen müssen. Aber damit ist oft hohe Unsicherheit, sind Informationsbedarfe verbunden. Und das braucht sehr viel intensivere und flächendeckendere Beratungs- und Informationsangebote. Wir wissen aus vielen Projekten, dass gerade Aufsuchen der Beratung, Beratung, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, massive Auswirkungen auf die Sanierungsraten in Städten hat. Und man hier ganz erhebliche Steigerungen in den Sanierungsraten erreichen kann. Und genau das ist natürlich die Ansage für die kommenden Monate und Jahre. Und von daher passt die DBU-Initiative hervorragend in die Zeit. Und ich wünsche der DBU mit diesem Vorstoß sehr, sehr viel Erfolg. Wir brauchen diesen Baustein, um das Thema Energie- und Klimawende, gerade im Gebäudebereich, weiter auf einen guten Weg zu bringen.